Hallo und Willkommen zurück im gefährlich brutzelnd Flackerflicker, was auch immer das ist, mit einer Geräuschkulisse, die auch Angst macht. Ähm, gespeichert habe ich am Passivbinder. Ähm, ok. Ok, kann ich nur noch einmal ausprobieren. Das war nur ein Test. Ähm, also diese Dinge sollten nicht reinlaufen. Und was mache ich eigentlich da? Eine ganz grundsätzliche Frage. Die Menschen sind berühmt. Das ist ein Lamp-Bürger. Das ist ein Lamp-Bürger. Das ist ein Lamp-Bürger. Das ist ein Lamp-Bürger. Das dürfte die Yiong-Zi. Oh, jetzt sind auch Jump'n'Runn'Ous. Und dann muss das Lamp-Bürger. Die Fenster da. Das lässt sich nicht richtig richtig übernehmen. Das wird vom Parkestell verliessen. Aber jetzt. Das ist schon mal ein bisschen bevorzugt. Jetzt bin ich hier mal sehr gut. Das ist also eine Frau. Oh, das ist ein Garage. In der Werkstatt Vervalradio. Oh, Musik! Gut, aber das bedeutet ja, es muss ja noch irgendwo ein Sender geben, sonst könnte sie da nicht empfangen werden. Also gehen Sie mal nicht raus, dass die ganze Welt am Arsch ist. Ähm... Nein, lassen wir mal sie. Man kann nicht so schlimm sein wie Metti, einem da die ganze Zeit erzählt, wegen Apokalypse und Walduntergang. Wir haben noch Musik. Zumindest wenn der Aurora aktiv ist. Ähm... ... 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 Ich mache die Lampen rein. Vielleicht hätte ich noch eine Runde schlafen. Für die Wärme scheint es ja ok zu sein. Kaffee, die Mikrowann. So. 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 Hier sind überall die Terroristen. Nein! Wee! Wie geht es? Ich wundere, ob ich diese Geräte verbrechen kann. Ich mache lieber Lose. Was machen wir mit all dem Zeug? Schmiede? Unser Schmiede verstand ich wie ein Amboss? Ich bin jetzt gerade ein wenig ratlos, dass ich hier was Feuer mache und dann... Ähm, ich bin jetzt gerade ein wenig befrügt. Ich probiere mal, für etwas ist die Kohle hier? So, machen wir das Feuerchen. 150 Grad? Schaffe ich das mit Kohle? Ich habe keine Ahnung, was ich hier schmiede soll. Vielleicht kann ich das Gewehr reparieren und schmieden. Jetzt geht es schön um, ich kann nur mal etwas kochen. Oder kann das Alkwissen hier... ...einschmelzen? Nein. Ich habe etwas überlastet. Gibt es eine Indoorbox, wo ich kurz den Laut abladen kann? Ja. 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 Es ist ein schwerer Hammer, es gibt schon einen Grund, dass es so heisst. Ich hätte es schon gerne mal ausprobiert, für was das Zeug ist. 3.40, wenn ich jetzt noch mehr Kohle dreimache. Jetzt ist mir alles rein. Ich habe da eine Uhr aus, für mich. Ich habe schon gespeifelt. Irgendwie ist schon nicht mein Flocker. Ich muss das Essen nehmen. Es ist ruhiger geworden. Ich muss das Essen nehmen. Ich muss das Essen nehmen. 113.40, was kann ich jetzt machen? Ich muss das Essen nehmen. Ich möchte für erstens genau das gleiche wie mit dem Werkpunkt. Ich muss das Essen nehmen. Ich muss das Essen nehmen. Ich muss das Essen nehmen. Jetzt habe ich einen super heissen Ofen. Ich muss das Essen nehmen. 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 Ich hab's aufraste Ich hab noch zwei Stunden schlafen So, Dali Ja Ja Die tiefe Bedeutung einer Schmiede ist mir wirklich unklar Ich muss jetzt schaue, wenn ich da noch etwas Gewichtlos wird Das ist echt ein bisschen too much Ich schlafe jetzt gleich mal da Ach, das ist ja so viel 22 Das ist aber ein Rätselchen So, machen wir da mal einen Speicher Und beenden die Folge Und schaue dann in der nächsten Wie wir nochmal zu der Hütung kommen Vom Quest Bis dann, tschü Bis dann, tschü